Kennt ihr diese Phrase? Wahrscheinlich schon. Sie stammt aus einem Song der Band The Police. Deren Gitarrist ist Andy Summers und der wiederum ist in der Ausgabe 1 2016 der Guitar Hero im Acoustic Player. Ich zeige euch anhand von einigen bekannten Songbeispielen bzw. Arrangements im Stil von bekannten Songbeispielen, wie Andy Summers arbeitet, welche Akkorde er benutzt, welche Anschlagtechniken und ja, außer diesem kleinen Beispiel, was ihr eben schon gehört habt, lernt ihr da auch so etwas. Vielleicht auch schon mal gehört, wer so in den 80er Jahren musikalisch sozialisiert wurde, kennt das ganze Material im Original. Ja, und ich erzähle euch genau, wie das funktioniert, wie es gespielt wird und auch ein bisschen die Hintergründe, wie man auf solche Akkordformen und Sounds kommt und wie man das Ganze am besten auf die Akustikgitarre überträgt und auch in ganz anderen Songs, in eigenen Songs oder Songbegleitungen für andere Songs verwenden kann. Wen das interessiert, besorgt euch den Acoustic Player 1 2016, plättert zum Workshop Guitar Hero und schon findet ihr jede Menge Beispiele im Stil von Andy Summers. Es gibt sogar drei Jamtracks diesmal für diesen Workshop, wo ihr das Ganze dann zu einem Playback quasi mit Bandbegleitung üben könnt. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Workshop.